Hi, ich bin der Kai und im heutigen Video lösen wir einmal ein Problem, dass wir E-Planer alle haben. Ganz konkret geht es um die Eigenschaftsanordnung. Wenn wir uns zum Beispiel mal hier das Kabel anschauen, habe ich dieses Kabel hier eingefügt bei dem Ventil und du siehst hier gewisse Eigenschaften, die von dem Kabel angezeigt werden. Zum Beispiel das Betriebsmittelkennzeichen, den Typ, Anzahl der Ader und Querschnitt und hier unten noch die Spannung. Wenn wir einmal mit einem Doppelklick auf das Kabel gehen, sehen wir hier im Reiter Anzeigen, dass das Ganze die Standardvorgabe ist. Alles was du jetzt hier unten findest, wird standardmäßig an dem Kabel angezeigt und bei jedem Kabel, welches du in E-Plan einfügst, wird diese Standardvorgabe erst einmal benutzt. Wenn dir jetzt zum Beispiel die Spannung nicht unbedingt an der Stelle passt und du diese nicht anzeigen möchtest, weil diese vielleicht auch etwas verwöhnt ist, da jetzt bei einem 24 Volt Ventil da 300 Volt steht, dann kannst du das Ganze natürlich einfach markieren und hier oben über das kleine X rauslöschen. Und jetzt hast du vielleicht schon gesehen, dass die Eigenschaftsanordnung hier oben auf Benutzer definiert gewechselt ist. Wenn du das Ganze jetzt mit Übernehmen und OK bestätigst, dann ist natürlich die Spannung hier nicht mehr zu sehen. Wenn wir jetzt allerdings beim nächsten Ventil ebenfalls ein Kabel einfügen und dort dann auch wieder den Artikel auswählen, über die Geräteauswahl zum Beispiel. Wählen wir jetzt hier auch das gleiche Kabel raus. Dann haben wir jetzt schon wieder das Problem, dass auch hier wieder die Standardeinstellung übernommen wurde. Also gehen wir jetzt hier wieder hin und löschen die Spannung raus, da wir diese nicht haben wollen. Und diesmal drücken wir allerdings hier hinten auf das Speichersymbol. Wenn du deine Eigenschaft jetzt so angeordnet hast, wie du das gerne möchtest und das Ganze am besten so, dass es projektweit ist oder vielleicht möchtest du ja auch einen Standard für eure Firma definieren, dann gibst du dem Ganzen jetzt hier einen Namen und du kannst jetzt auch hier den Haken setzen als Standard verwenden. Wenn du das jetzt machst, wird beim nächsten Kabel genau diese Eigenschaftsanordnung wiederverwendet. Auch das schauen wir uns jetzt nochmal schnell an. Und jetzt siehst du, dass die Spannung hier schon nicht angezeigt wird und wenn wir nochmal in das Kabel gehen und auf den Leiter anzeigen, siehst du jetzt auch hier, dass die Spannung nicht vorhanden ist und die Eigenschaftsanordnung EKE Kabel vorgewählt ist. Natürlich kannst du dieses jetzt auch weiter bearbeiten und unter weiteren Eigenschaftsanordnungen abspeichern. Und wenn du das Ganze in weiteren Projekten haben möchtest, gehst du einfach hier hinten über den Button exportieren und kannst dir das Ganze dann in neuen Projekten wieder importieren. Aber was machen wir jetzt, wenn wir diesen Standard auch nicht mehr haben wollen, sondern möchten vielleicht projektweit etwas anderes angezeigt haben? Dann gehen wir einmal unter Projektdaten Eigenschaftsanordnungen konfigurieren. Hier unter Eigenschaftsanordnungen konfigurieren findest du alle Eigenschaftsanordnungen, die in deinem Projekt bis jetzt hinterlegt worden sind. Und hier bei dem Kabel findest du jetzt auch EKE Kabel und den Haken für Standard. Hier könntest du jetzt den Standard zum Beispiel wieder rausnehmen und mit übernehmen und OK. Könntest du jetzt deine Kabel markieren, zum Beispiel auch im Kabelnavigator und gehst jetzt unter Bearbeiten, Text, Eigenschaftsanordnung zurücksetzen. Und schon siehst du, dass jetzt wieder die Spannung angezeigt wird und hier deine Standard-Eigenschaftsanordnung übernommen wurde. Übrigens kannst du unter Projektdaten Eigenschaftsanordnungen konfigurieren. Das Ganze auch für alle anderen Symbole in deinem Schaltplan machen. Du kannst das Ganze zum Beispiel auch für eine Klemme machen. Wenn wir jetzt hier auf den Button Neu gehen, dann kannst du dir hier irgendein Symbol auswählen, für welches du deine Eigenschaftsanordnung einmal festlegen möchtest. Nehmen wir zum Beispiel hier diese Klemme. Das ist die X2-NB. Mit Bestätigen und OK kommt jetzt das Feld, dass ich der Eigenschaftsanordnung einen identifizierenden Namen geben muss. Und mit OK bekomme ich jetzt hier meine Eigenschaftsanordnung und kann jetzt über den Button Neu alles Mögliche dieser Eigenschaftsanordnung zuweisen. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass in Zukunft an meiner Klemme die Artikelnummer bzw. Typennummer angezeigt werden soll und alles Weitere. Auch hier kann ich jetzt das Ganze einfach wieder auf Standard setzen, sage Übernehmen und OK und wenn ich jetzt über Einfügen Symbol mir die Klemme einmal in meinen Schaltplan hole und will hier jetzt noch einen Artikel aus, dann siehst du schon, dass unter dem Reiter Anzeige bei den Eigenschaftsanordnungen jetzt mein konfiguriertes Schema angezeigt wird. Und mit OK bekomme ich jetzt an der Klemme genau nur das angezeigt, was ich eben in dem Schema definiert habe. Mich würde mal interessieren, ob du diese Eigenschaftsanordnung selbst benutzt und für welche Symbole du das alles machst. Ansonsten war es das wieder zu dem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke. Bleib bitte gesund und mach's gut. Bis zum nächsten Video. J4G 3G 3G